Moin Moin und herzlich willkommen zu einer Ankündigung für die Kieler Open Source und Linux Tage. Dieses Jahr finden sie zum 20. Mal statt. Ja, wie die Zeit vergeht. Wir planen eigentlich dieses Jahr eine Hybridveranstaltung zu machen. Das bedeutet, dass wir im KITZ in Kiel wiederum eine Ausstellung haben, dass wir vor Ort auch Vorträge und Workshops haben und das Ganze eben auch live übertragen. Also das Ganze streamen wir für alle, die halt nicht vor Ort sein können oder möchten. Und wir werden auch Online-Workshops und Vorträge haben für Referenten, die einfach nicht zu uns kommen. Oder ja, quasi auch als Fallback, falls wir dann im September das Ganze nicht mehr vor Ort machen können. Ja, ich glaube, ihr wisst es schon, was uns die letzten Jahre so begleitet hat. Wir haben zum einen den 15. September, da haben wir unseren Linux Presentation Day. Da geht es denn um Vorträge für Einsteiger und Umsteiger, also für alle, die jetzt neu bei Linux mit dabei sind. Und dann haben wir eben den 16. und 17. September mit unserem ganz normalen Programm mit Vorträgen und Workshops zu allen möglichen Themen aus dem Linux- und Open-Source-Bereich. Von eben Einsteiger-Vorträgen bis zu Profi-Dingen, alles was so dazugehört. Oder eben auch verschiedene Vorträge und Workshops zu eventuell freier Kultur, Open Data, Netzpolitik, Schutz der Privatsphäre, Erfahrungsberichte und Geschäftsmodelle und Best Practices. Oder eben alles, was irgendwie so zu diesem Dunstkreis noch dazugehört. Solltet ihr jetzt einen Vortrag oder Workshop anmelden möchten oder einen Stand machen, dann habt ihr noch bis zum 31. Juli Zeit, das über unsere Webseite eben kundzutun. Natürlich suchen wir auch wieder nach Sponsoren, denn das Ganze kostet Geld, auch wenn wir sehr viel halt ehrenamtlich machen, aber einige Dinge kosten nun mal leider Geld. Falls ihr mit eurer Firma einen Stand machen möchtet oder uns einfach irgendwie unterstützen möchtet, da haben wir halt verschiedene Sponsoring-Möglichkeiten. Möchtet ihr uns tatkräftig unterstützen mit Aufbau, Abbau oder alles, was sonst noch so anliegt, ist das natürlich auch eine tolle Sache. Also eure Hilfe können wir da eben auch noch brauchen und die Informationen dazu findet eben auch auf unserer Webseite. Eine andere Sache, die uns natürlich auch hilft, ist Werbung. Dass ihr eben über eure Kanäle, die ihr so habt, über, ja, vielleicht Facebook, Mastodon, Twitter und was es noch so alles gibt, einfach sagt, ja, übrigens, da gibt es die Kilo Open Source und Linux Tage, guckt da mal vorbei. Und die suchen eben noch Aussteller, Sponsoren, Referenten für Vorträge und Workshops und natürlich auch Helfer, die das Ganze noch ein bisschen unterstützen. Ja, ansonsten sehen wir uns entweder vor Ort oder auch online am 15., 16. oder 17. September bei unseren 20. Kilo Open Source und Linux Tagen. Ja, und dann schauen wir einfach mal, was uns da so erwartet, was wir in welcher Form machen dürfen. Je nachdem, haben wir wieder gemeinsames Grillen oder eben nicht und Frühstücken und was wir alles so gemacht haben oder eben auch nicht. Ja, bis dann, macht's gut, bleibt gesund und bis dann und tschüss.